Wisst ihr, wir als HSV-Fans, ja, wir hatten einfach eine super Woche hinter uns, Köln-Sieg, Fero im Tor und dann auch noch unsere Neuzugänge eben bestaunen zu können und natürlich auch der Transfer von Hefti, der jetzt eingetütet worden ist. Ey, Wahnsinn, 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 so viele Glücksgefühle, die da raussprudeln. Natürlich kommt dann auch eine Nachricht, die das wieder ein bisschen zunichte macht. Unser holländischer Topstar im Mittelfeld, natürlich Ludovic Reis, möchte nämlich den Hamburger SV verlassen. Er hat jetzt nicht umsonst seine Berateragentur noch schnell gewechselt, weil seine vorherige hat ihm wohl nicht so richtig gepasst. Die Angebote, die er auf dem Tisch eben bekommen hat, die haben ihm nicht gepasst. Seine Ausstiegsklausel von 5 Millionen Euro ist ja abgelaufen. Der HSV ist jetzt 1 Million Euro runtergegangen sogar, weil anscheinend Reis Druck macht und möchte einen Wechsel forcieren. Ich finde das eigentlich richtig, richtig traurig, denn Reis kam mir immer so rüber, als würde er sich richtig wohl in Hamburg fühlen. Hat er immer wieder die Massen hochgepeitscht und ich muss sagen, wenn ein Reis wieder an die Leistung, wie von damals anknüpft, also jetzt mal letzte Saison ausgeknüpft, dann ist er wirklich eine richtig geile Verstärkung. Dann ist er ein Unterschiedsspieler im Mittelfeld, aber er plant jetzt den Abflug. Er will keine weitere Saison in der 2. Liga eben verbringen und möchte zu einem Bundesliga-Klub irgendwie in die 1. Liga spielen. Serie A, Türkisch Liga ist auch noch dabei. Ja, Interessenten wird er wahrscheinlich haben. 4 Millionen Euro verlangt der HSV für ihn. Das ist bezahlbar, aber da werden sich auch viele denken, vielleicht warten wir noch ein Jahr, weil er ist eben extrem verletzungsanfällig, letzte Saison ja kaum gespielt, dann auch noch nicht mal so richtig gut oder nicht mal überragend. Nicht so wie ein Benesch, der sich ja wirklich präsentiert hat, der wirklich ja alles gezeigt hat und um da oben dann mitzuspielen. Ludovic Reis war ja letzte Saison einfach zu schwach und deswegen haben wir ihn ja noch, aber er plant einen Abflug vom Hamburger SV und das finde ich einfach sehr, sehr traurig, dass er eben so seinen Wechsel forcieren möchte. Die Frage ist jetzt einfach, wer will denn überhaupt diese 4 Millionen Euro ziehen? Denn klar, natürlich Freiburg scheint ein wenig Interesse zu haben, Drabzonspor von der türkischen Liga auch, aber von der Serie A haben auch ein, zwei Erstligisten eben schon angeklopft, aber so ein richtig konkretes Angebot kam eben noch nicht rein. Die Transferphase, die kommt jetzt langsam in die heiße Phase und der HSV ist eigentlich im Mittelfeld, also gerade im Mittelfeld, ganz gut aufgestellt, mit Poreba, mit Meffat, mit Elfadli, auch noch mit dem Pfarrei und ja, da hast du eigentlich die Qual der Wahl eigentlich, wenn du eben aufstellen möchtest und einen Reis, ja, der merkt wahrscheinlich auch diesen Konkurrenzkampf. Vielleicht sagt er sich selber, ey, bevor ich irgendwie in der Vergessenheit gerate oder wenn ich wirklich diesen Konkurrenzkampf nicht schaffe, weil ich wieder verletzt ausfalle oder wenn ich halt wirklich eine sehr, sehr miserable Saison spiele und dann nur noch auf der Bank sitze, dann wird mich nächstes Jahr ganz, also ganz sicher kein Erstligist eben haben wollen und selbst wenn der HSV dann aufsteigt, wird er sich nach einem neuen Mittelfeldspieler, ja, umsuchen. Deswegen, ich glaube, da ist auch ein bisschen Panik mit drin, weil er denkt, ey, jetzt muss ich unbedingt wechseln, jetzt ist die Zeit gekommen, vielleicht traut er sich selber nicht mehr so richtig viel zu, ich weiß nicht, keine Ahnung, ist alles nur Spekulation, es ist aber keine Spekulation, dass dieser Mann eben den Hamburger SV verlassen möchte und für 4 Millionen Euro kann er das machen. Ich finde es schade, ich denke immer schön zurück, wenn ich den Ludovid Reis eben gesehen habe, das ist ein Unterschiedsspieler, aber was er eben letzte Saison gezeigt hat, das war sehr, sehr, sehr weit weg von dem Ludovid Reis, den ich eigentlich kannte. Deswegen, wenn einer 4 Millionen Euro hinbettert, würde ich sagen, ciao, Ludo, auch wenn es mir nicht so gefällt, aber Hauptsache, Fero bleibt. Aber jetzt seid ihr natürlich gefragt, würdet ihr Ludovid Reis für 4 Millionen Euro verkaufen oder sagt ihr, nee, nee, um Gottes Willen, wir halten den auf jeden Fall noch ein Jahr, koste es, koste es, was es wolle, wir starten mit ihm in die Saison. Oder sagt ihr, ey, für die 4 Millionen Euro, da könnten wir auch, keine Ahnung, einen Mittelfeldspieler holen, einen Justwan vielleicht noch, da zwischengrätschen, vielleicht den noch dann holen. Wie gesagt, es gibt genug Kandidaten, Marlon Ritter, die einfach, ja, diese Position dann auch ausfüllen können. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt dem Video gerne ein Like und ein Abo. Wir sehen uns, ciao, ciao. Wir sehen uns, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020